Hallo, liebe zukünftigen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler, liebe Eltern. Herzlich willkommen im Theaterraum der GSS, dem sogenannten Workshop. Ich bin sicher, ihr habt alle schon mal mit Theater in der Grundschule in irgendeiner Weise zu tun gehabt. Sei es, dass ihr eine kleine Szene einstudiert habt, vielleicht sogar ein ganzes Stück oder ein Musical aufgeführt habt. Aber Theater ist so viel mehr. Deshalb haben wir an der GSS für alle fünften Klassen einen Theaterkurs eingerichtet. In dem lernt ihr etwas über die Bedeutung des Raums, wie es ist, wenn ich von ganz weit hinten spreche oder von vorn und wie ich mich im Raum bewege von A nach B oder von C nach D direkt oder auf Umwegen. mit Musik oder gegen sie Musik 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 Ihr lernt, wie man auf einem Stuhl sitzen kann oder auf zweien oder auf dreien. Ihr lernt, was es heißt, chorisch zu sprechen oder laut zu flüstern oder stumm zu spielen. Musik Ihr seht, der Theaterkurs in Klasse 5 ist bunt und vielfältig. Da ist für jeden was dabei. Und wenn ihr dann richtig Lust bekommen habt auf mehr, könnt ihr ab Klasse 6 unsere Theater AGs besuchen und in Klasse 11 dann ein Fach wählen, das heißt Literatur und Theater. Ein Fach mit Noten und allem drum und dran und natürlich mit Theater. Ihr seht, an der GSS ist Theater abwechslungsreich und macht vor allem Spaß. Musik 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 Musik